Guten Abend Leute. Ja, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ich habe ja schon eine ganze Zeit lang, ja, also mein letztes Video kam vor einer Woche raus und seitdem das rausgekommen ist, ist auch schon wieder eine Woche vergangen, also ich habe relativ unregelmäßig Videos hochgeladen, wo ich mich jetzt auch nochmal offiziell dafür entschuldigen möchte. Ich hatte es bis jetzt nur in einem bestimmten Super Mario Galaxy 2 Part angesprochen und ja, da habe ich dann auch gesagt, warum genau, schaut ihr euch einfach an, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, da nochmal näher drauf einzugehen. Und naja, warum ich jetzt eigentlich dieses Infovideo mache hier, ist der Grund, dass ich über die Weihnachtsfeiertage bzw. auch über Heiligabend nicht zu Hause bin. Also wir machen so einen kleinen Weihnachtsurlaub, wo es hingeht, werde ich jetzt hier nicht sagen, auch wenn das eigentlich egal ist, aber naja, also es ist ein kleiner Weihnachtsurlaub. Es ist, ähm, nicht, wie man jetzt vielleicht bei dem Namen Weihnachtsurlaub, äh, denken könnte, irgendwas Südländisches, nee, so, äh, sowas machen wir nicht, das passt einfach nicht. Es soll schon Weihnachten irgendwie in was Kälteren sein und, äh, da aber uns ja kein Schnee liegt, dachten wir uns, ja. Ja, jetzt wisst ihr wo, äh, vielleicht sogar schon so ungefähr wohin. Also wir versuchen zumindest mal in den Schnee zu kommen. Und ja, das werden wir dann halt machen. Und, äh, in dieser Zeit kann ich ja natürlich keine Videos machen oder hochladen. Äh, was ja eigentlich schon ein Problem ist. Da ich ja sowieso kaum Videos in letzter Zeit gemacht habe. Und, naja, ich kann jetzt also auch nichts wirklich geplant hochladen. Deswegen wird es erstmal, denke ich mal, kein Videos geben. Und ja, oder mal schauen, vielleicht lasse ich, ah ja, ich habe sogar schon eine Idee, also lasst euch überraschen. Und ja, bis dann. ...